Ja, das hat cool. So, probieren wir es mal. Feuer frei. Jo, funktioniert. Oh, das ist dieses schöne Geräusch da. Ja, sehr schön. Boah, schlimm. Aber wir haben das Neto auf jeden Fall schon. Und das ist cool. Denn jetzt kannst du deine Höhlen-Tour abbrechen. Mit dem Neto findet man viel mehr geilen Scheiß. Nein. Aber ich geh da jetzt nicht rein und können da eigentlich die Viecher auch rauskommen. Ja, ne? Ja. Können wir ins Portal kommen. Da muss ich am besten dann Tür bauen. Also so eine Falltür in dem Turm. Oder so. Kann es auch einfach lassen. Wenn das so durchkommen ist ja egal, dann töten wir die. Können wir nur von profitieren. Jo, hast recht. Du kannst mir aber gleich deinen Diamantsspielzeige geben, dann kann ich die verzaubern. Okay. Wie du meinst. Ich bin Level 32. Wie kann man die denn reparieren? Wie kann man die denn reparieren, bitte? Amboss. Der hat doch schon ein bisschen... Minimalen Abnutrungen hat die nämlich schon. Ja, mit einem Amboss. Amboss und Diamanten. Und Level. Ach ne, der lohnt sich ja gar nicht. Ja. Kann teuer werden, so eine Scheißspielzake zu reparieren. Boah doof. Na gut, alles dazu. Außer noch verzauberten Bogen. Den kannst du ohne Probleme reparieren. Ich glaube ich fliege jetzt raus, weil bei mir bewegt sich nichts mehr. Doch, das geht wieder. Schade. Schade. Und wie lang haben wir schon? Eine Stunde, 22 Minuten. Jut, ähm. Dort wäre dann jetzt ein perfektes Ende. Nein. 1,40 wäre ein perfektes Ende. Bei 1,20 wäre ein perfektes Ende gewesen. Nein, meintest du nicht? Doch. Nein. Ich weiß doch wohl besser, was du meintest, oder? Jut, dann machen wir auf jeden Fall dann bei 1,40 machen wir Feierabend. Vorher mache ich zumindest Feierabend. Ja. Tö. Zicke. Hm? Zicke. Tö. 明. Tö. Sorgen. Tö. 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 Endlich mal Lapislazuli Die Höhle, Alter, kommt hierher Sooo Was muss ich nur machen? Der Lava, ey Kann ich denn ernst sein hier? Der Lava, ey Der Lava, ey Der Lava, ey Der Lava, ey nsch Mach das doch arsch, ey Au, ich bin echt zu blöd, um Lava zuzubauen, ne? Das ist doch voll arschig. Alter, wo bin ich hier gelandet? So viel Lava. Ich hab extra andersrum gebaut, dass ich da nicht hinkomme. So viel Lava. Mangelware an RC, dieser Scheiß. Alter, wo kommt denn die Creeper her, ey? Ruhm, zurückgemacht. Boah, ich bin langsam richtig müde. Doch, jetzt lange machen wir auch nicht mehr. Ja, wir haben jetzt 20 vor 6. Ja, so dein Körper macht das nicht mehr mit. Ja, einen Tag Entzug gehabt, ne, und schon bin ich geheilt, ne? Dein Körper wehrt sich jetzt gegen diese Droge. Ja, ja. Er möchte das nicht. Ja, er möchte für die Schule lernen, ne? Joa, nie. Nee, das auch nicht. Scheiß Körper, ich will den anderen halben. Ey, Redstone ohne End the Redstone hier unten. Daran mangelt es uns definitiv aber nicht. Das brauchen wir nicht. Spitzhack ist auch gleich wieder kaputt. Das ist scheiße. Wow. So erfolgreich bist du schon. Aber sicher doch. Ich weiß gar nicht, warum ich den immer kriege. Dann ist es verräterisch gewesen, das ist doof. Überall Lava, Alter. So unglaublich. So, Spitzhack kaputt. Da muss ich den ganzen Weg zurücklaufen. Hier soll sich mal einer zurechtfinden in dem scheiß Ding hier. Ich habe einen goldenen Apfel gefunden. In der Truhe. Wo willst du goldenen Apfel sonst finden? Kann man ja selber vorstellen. Ja ja, aber wenn du sagst du hast ihn gefunden, würden wir ihn sonst gefunden haben. Ja. So, dann machen wir den ganzen Weg erstmal zurück. So. Komm her, für die Zaubersteine. Deine äh. Wo bist du denn? Ich bin... Ich bin... Ich bin... Ich bin nicht oben. Ich bin... 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 Für was brauch ich zwei Diamanten? Ich weiß nicht, ich will die ganzen Erfolge haben. Und es zieht. Ich bin die ganze Zeit hinter den Erfolgen hinterher. Ich weiß nicht, ob ich das machen kann. Ähm... Theoret... Granit... Kies... Feuerstein... Alles da ist erschrecklich hier. Jetzt dann aber hier... Ähm... Knochen... Hier... Achte bitte auf die Uhr. Ja, äh... Noch sie... sieben Minuten. Zicke... Äh... Kohle... Schöne Spinne. Schön für die Spinne. Hm? Schön für die Spinne. Äh... So... Oh... Behutsamkeit kriegt's auf jeden Fall. Brauchst du Behutsamkeit? Was bringt das? Wie schlecht ist das denn? Kann ich dich nochmal verzaubern? Ja... Äh... Warte... Was ist das für ein Zauberbuch? Feuerschutz... Feuerschutz... Scheiße... Ich muss mehr angeln! Warte... Das Buch ist... Äh... Ähm... Das Buch hat Atmung. Wir haben zwei verzauberte Bücher. Nein, eins. Zwei! Wir haben rein zum Feuerschutz. Echt? Ja, Atmung haben wir auch noch. Ja... Ja... Jetzt hast du... Ja... Toll... Spitzhackel bringt leider nicht viel. Mit Wutsamkeit. Hier... Warte, komm. Das... Ja... Mies... Aber... Mit Wutsamkeit kannst du halt Gläser abbauen und sowas. Kannst du... Glas abbauen und sowas. Ach so... Wenn du jetzt Stein abbaust, ist es Stein und kein Bruchstein. Wenn du damit Kohle abbaust, ne? Dann... Dann baust du den Kohleblock ab und nicht die Kohle selber. Da hast du auch noch vollkommen recht. Genauso wie mit äh... Wie kriegst du denn die Kohle daraus? Wie mit den ganzen Ärzten. Ja, das ist nicht eigentlich... Behutsamkeit. Spitzhacken sind zwar schön und gut. Vor allem für Glas und sowas. Oder... Oder Eis. Kannst du damit auch abbauen. Aber für so ist... Das ist... Das ist eigentlich scheiße. Ja, okay. Dann äh... Aber jetzt mal Schluss. Beim nächsten Mal... Noch mehr Diamanten finden. Bei dem auf dem einem Server habe ich einen verzauerten Bogen geangelt gehabt. Der war voll gut. Der hatte Stärke 4 und sowas. Das ist richtig geil. Wieso passiert mir sowas hier nicht? Es... Will halt nicht. Ja, ist halt scheiße. Ja. Aber gut. Beim nächsten Mal können wir hier oben in das Neta rein. Ab in die... Helle. Genau in die Helle. Ja. Dann... Ist mein Invental leer? Ne, noch nicht ganz. Das Eis muss noch weg. Dann... War's das. Für heute. Für diese Woche. Für dieses Jahr. Für dieses Leben. Ja. Für dieses Jahr. Bestimmt für dieses Jahr. Ist ja gut. Sicker. Ist ja gut. Ist ja gut. Ja, dann... Ja, dann... Bis... Warte. Zack, 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 zack. Bis Sonntag. Bis... Bis Sonntag? Bis Sonntag. Hab ich jetzt entschieden. Bis Sonntag. Okay, bis Sonntag. Jo.